Stell dir vor, du wirfst einen Stein in einen Teich und es entstehen konzentrische Wellen. Dein Körper besteht aus mindestens 80 Prozent Flüssigkeit. Bei einer Klangmassage erzeugen die Schwingungen genau diese Wellen in deinem Körper, in deinen Zellen. Eine Zellmassage. Heutzutage gibt es viele Probleme, die aus Stress entstehen. Und laut WHO ist Stress der Hauptfaktor für psychosomatische Erkrankungen. Wenn diese Probleme ignoriert werden, dann verschlimmern oder manifestieren sie sich meistens. Dann ist es wichtig zu schauen, wie Stress reduziert werden kann. Die Peter Hess Klangmassage ist entspannend und die Entspannung ist die Grundlage der Selbstheilung. Unsere Klangschalen haben höhere oder tiefere Töne, je nach Körperbereich. Und sie haben sehr langanhaltende harmonische Schwingungen. Fünf Minuten Klang am Tag können dir helfen, deine Selbstvernehmung zu verändern. So kannst du zum Beispiel positive Affirmationen mit Klang unterstützen und so können sich diese Affirmationen besser in deinem Unterbewusstsein verankern. Die Peter Hess Klangmassage wurde über die letzten 35 Jahre von meinem Vater und von vielen anderen Menschen aus den verschiedensten Berufsfeldern entwickelt. Sie wird in fast allen erdenklichen Lebensbereichen angewandt. Viele Menschen berichten, dass sie sich mit Klang sehr schnell und sehr leicht entspannen können und sie fühlen sich nach der Klangmassage erfrischt. Wir haben einige Studien durchgeführt, die zeigen, dass der Körper durch Klang schneller entspannen kann, als durch andere Entspannungsmethoden. Das Schönste an der Klangmassage für mich ist, dass wenn Menschen sagen, dass sie bei Massagen eigentlich nicht gut entspannen können, bei der Klangmassage einschlafen oder wenn sie nach der Klangmassage aufstehen und aus sehen, als wären sie frisch verliebt.